Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Monster Train. Und bevor es losgeht, noch ein kleiner Hinweis. Wenn euch meine Videos gefallen und ihr mich und meinen Kanal gerne unterstützen möchtet, dann könnt ihr das natürlich wie immer gerne mit einem Abo tun, aber noch besser ist natürlich, wenn ihr das über die Patreon-Seite macht. Und den Link dazu werdet ihr euch natürlich dann in die Videobeschreibung einfügen. So, jetzt geht's aber los. Und zwar mit dem neuen kostenfreien DLC Friends and Foes, das am 3. September kam. Und neben ein paar neuen Bossen auch für jede Fraktion neue Helden freigeschaltet, neue Champions. Und diese eröffnen natürlich neue Möglichkeiten. Und genau das wollen wir jetzt probieren. Wir fangen also quasi wieder an mit unseren Hörnhörnern. Und diesmal unsere neuen Champion. Leider weiß ich den Arm gerade nicht, wenn ich ehrlich bin. Und wie ihr seht, habe ich mir schon ein paar Gedanken gemacht, wie wir am besten spielen. Neues dazu gekommen. Man kann jetzt auch wählen, mit welchen Stadtkarten und Championen man spielt. Ihr seht, er käme hier mit, sie käme da mit. Und was man bei ihr wissen muss, sie hat die Fähigkeit oder kann die Fähigkeit bekommen, dass wenn Kreaturen in ihrer Ebene gespielt werden, sie permanent Angriff dazu kriegen. Das heißt, wenn wir auf diese Strategie spielen, und das habe ich vor, brauchen wir viele Kreaturen. Und deswegen nehme ich die schmelzenden Relikte. Ich überlege nur die ganze Zeit, nehme ich den als Kreatur direkt mit rein? Oder sage ich, ich nehme mir das lieber mit rein und hole mir dann vielleicht ein paar der Kobolde wieder. Was natürlich gut kommen könnte, wenn wir nämlich unseren krassen Mega-Kobold irgendwann ziehen. Deswegen glaube ich, werde ich mich dann eher hierauf fokussieren. Und wenn nicht, dann kriege ich halt eine Einheit, die ein bisschen mehr Angriff hat. Auch gut. Okay, dann legen wir einfach mal los. Wenn ich mich täusche, hatten wir die Kombination der beiden auch noch nicht. Hier sehen wir auch jetzt, das ist auch neu. In der Vorschau ist schon direkt, gegen wen wir kämpfen werden wohl. Daedalus, Fel und Seraph. Also keiner der neun. Schade. Aber okay, finden wir irgendwann auch. Dann schauen wir, welche Verbesserung wir kriegen. Aktion. Zerstöre alle Koboldeinheiten. Füge gegnerischen einen in 20 Schaden pro zerstörten Kobold zu. Kann man halt auch machen. Allerdings finde ich das nicht so geil, wie das hier, wo sie permanent stärker wird. Wir müssen sie halt nur irgendwie geschützt kriegen. Und solange kein Gegner mit Trampel oder Flächenschaden kommt, klappt das gut. Gegner mit Trampel und Flächenschaden sind immer auch überlegen. Zauberer kriegen nur einen Platz. Oder plus hier Stapel werden Rüstung auf verbündete Einheiten angewendet. Das ist ziemlich geil, weil ich habe festgestellt, sie braucht viel Rüstung auf die Weise, wenn wir das so spielen wollen. Oder viel Leben. Viel Leben ist schwer zu kriegen. Deswegen lieber viel Rüstung. Und Dornen können wir nicht gebrauchen. Lassen wir aus. So, sie ist einer, bei der lohnt es sich in der Regel, direkt unten hinzuspielen. Ja, natürlich ist das eine schlechte Starttunt, weil wir das Reformieren am Anfang haben, was uns nichts nützt. Deswegen tun wir ihn noch hinstellen. Ihr seht, der Angriff kam dazu. Und ihn schon mal so präventiv als Blocker da oben. So, schon in den nächsten ein bis zwei Zügen können wir dann rocken, denke ich. Kommt ganz schön oft vor. Okay. Ich will das Ding da oben hier nicht entgehen lassen. Deswegen, zack, mach 10 Schaden, wenn ins Spiel kommt der neue Kobold. Und haben wir hier auch direkt 10 Schaden. Reformieren gibt es nichts. Sie ist stärker geworden, das heißt Oh, schade. Das heißt eigentlich leider, dass wir dann trotzdem noch einen hochschicken. Na gut. Wichtig ist, dass sie geschwitzt wird. Diese kleine Skorpion-Dame hier. So. Ich glaube, der strategischste ist, wenn wir tatsächlich das machen. Der ist natürlich cool, bringt uns aber hier in dem Fall nichts. Deswegen spielen wir erst mal nur einen Blocker. Wir nutzen Mission-Schutz, genau. Letzte Phase. So, wen haben wir denn zum Reformieren? Ja. Da würde ich vorschlagen, Reformieren ist immer besser, auch wenn es nur ein Zug hält. Achso, eine zufällige Einheit. Gut, okay. Bringt uns nichts. Aber wir lassen ihn auf der Hand. Denn vielleicht ziehen wir ihn dann nächstes Mal wieder. Ich könnte noch eine, stimmt. Ich könnte noch eine reformieren. Zack. So ausbrennen, genau. Bringt jetzt aber auch nichts, deswegen Wir müssen sie eigentlich so stark kriegen und so hoch die Abwehr pushen möglichst, dass sie alles aushält. Wenn die drei guter verbündete Einheiten angut. Wenn hier viele sind. Ja, das ist natürlich jetzt nicht so geil. Ach, wir brauchen viele Kobolde. Wir brauchen aber viel Rüstung. Ich weiß nicht genau, was besser ist. Weil der ist eigentlich nicht so geil in dem Deck. Ne, wir wählen die Rüstung. So, Ausbrennen und Multischlag. Wenn fünf Anker von zwei Ausbrennen auf Verbündete, ne, auf zwei Ausbrennen auf einen Verbündete Einheitern. Noch eine Kreatur. Und, naja, also wir sind jetzt ein Weizkreatur. Ich glaube, wir nehmen mal den. Wir brauchen halt Kreaturen, die möglichst, ja, sagen wir mal sterben und trotzdem Schaden machen. Das ist sehr geil. Mit reformieren gehen wir wieder. Zauber aufbauen bringt nicht viel. Deswegen gehen wir hier rüber. So, besiegen. Wenn die drei Wut an oder einer, der einfach stark ist und geschützt werden muss. Ja, ich nehme mal den. Ist natürlich jetzt auch nicht so genial. Flink. Mit Flink wiederum wird er geil. Dann greift er nämlich vorher an. Und wenn wir ihn dann auch noch stärker machen, wo ist er? Da. Dann ruft er richtig. Plus 25. Das ist gut für jemanden, der defen soll. Ich kriege den Zugbegleiter. Und dann gehen wir auch direkt weiter. So, gehen wir schon nicht Bosseinheiten haben. Plus 4 Angriff. Ist okay. Wir haben viele kleine Blocker aus. Solange keiner dran wird, ist das gut. So, hier ist zum Beispiel sinnvoll, ihn oben zu spielen. Erstens, die schickt ihr alle hoch. Zweitens, die werden halt durch die Wut besonders stark. Deswegen werde ich auch direkt schon mal einen Schutz hier aufbauen. Kompla. Einen Schutz aufbauen. Den könnte ich hier unten hinsetzen. Problem, der killt nur einen. Deswegen machen wir es lieber so, dass wir hier auf zwei Phasen spielen. Erstmal. Jetzt ist ja natürlich ein Schadenszauber geil. Oh, oh. So. Ja. Gut, den können wir dann hier klatschen. Noch einen. Dann rutscht der dann allein hoch. Ja, und einen müssen wir ja durchlassen. Ach, stimmt. Der hat ja trotzdem einen Angriff. Ich denke, die haben null ab. Klar, der hat ja einen Angriff. Aber jetzt eine kurze Pause. Unclever. Gut, kommst du hier hin? Reformieren bringt nichts, weil wir nichts haben, was lang genug steht. Allerdings, wenn wir es trotzdem spielen, wir genug Mana haben, bei nächsten Reformieren kommt da vielleicht was Cooles rum. Ich überlege, ob ich das Spiel oder auf die Hand lasse. Bringt mir ja nicht auch nichts, ne? Aber Spielen bringt auch nichts. Nee, lass mal suchen. So, zum Reformieren hätten wir genau einen. Die Lustung geht erst mal auf dich, kostenfrei. Nur gut. So, zack. Da der ein bisschen auch sehr schützt, wir nehmen noch ein bisschen. Der andere bringt mir nichts zu spielen. Äh, stimmt. Der macht ja Flächenschaden der Gute. Ja, das ist halt gemein, dass ich die hinweg nicht killen konnte, weil ich keinen Zauber habe. Ja, wir können nichts machen, aber Gott sei Dank reicht es. Und damit haben wir die Stage geschafft, allerdings muss ich nur fünf Schaden kassieren. Endlich, den brauchen wir. Dann können wir nämlich auch grundsätzlich Schaden machen. Zerstöre eine zufällige Verbündeneinheit, zerstöre eine zufällige Gegend durch die Nicht-Boss-Einheit. Ja, kommt auch auf eine Ebene, denke ich, wo wir halt, ähm, viele kleine Verrechner erhalten nur in Rüstung. Das heißt, er kriegt die Rüstung. Ich brauche es aber auf sie. Hm. Hm, hm, hm. Ja, gut. Wir können ja als Tank nehmen. Gibt zwar bessere Tanks, aber mit dieser Fähigkeit kommt das dann wenigstens gut. So. Erstmal nehmen und dann verbessern. Dränge die angegriffene Einheit nach hinten. Kann gut kommen. Ich nehme aber lieber den, vielleicht, weil der einfach stark ist. Mit einem ausbrennen, verbessere einen mit plus 10 Angriff. Ja, der am besten dann, ne? Irgendein ausbrennen bringt überhaupt nichts. Trassen wir. Skate. Oh! So, was passiert diesmal? Ich stelle jetzt zweimal Gesundheit der Filmclub wieder her, verbraucht sich. Ist das Ende des Zuges? Kann nur einmal pro Kampf gespielt werden? Ja, warum nicht? Können wir uns nur halt mal heilen. Hm. Ja, natürlich ein Deck mit viel Mana besser. Könnte man auch mit den Kobold-Mut hinkriegen, wenn man die entsprechend entzieht? Wenn? Hm. Funzierte Bomben kommen mit Schadensschild ins Spiel. Detail, das kennen wir jetzt ja schon ein bisschen. Also brauchen wir viel Kanonenfutter. Gerade der könnte jetzt sehr gefährlich werden. Das zum Beispiel ist eine coole Sache. Bam! So, den dann hierhin kommt gut. Und den würde ich eigentlich gerne hier hochstellen. So, die spiele ich jetzt einfach so aus. Den spiele ich noch nicht. Weil halt da oben die Bombe ist. Und immer noch ist. Eigentlich sind die beiden in Kombination mit der Rüstung auch geil, weil er flink ist. Gut, egal. Das ist noch by the way. So, wir reformieren einfach mal unseren kleinen Sprengkopf hier. Ja, und der macht einfach direkt Schaden und dann rocken wir hier und er wird immer schön stärker. Ach cool, wir kriegen so rum, dass Detail das schon oben nicht aufs Maul kriegt. So, das heißt, den oben, den müssen wir schützen. Ja, war wie gesagt nur dazu da, den zu schützen. Allerdings, wenn ich noch einen spiele, rock mal direkt durch. Ja, warum nicht? Kommt, wir kloppen mal direkt Schaden rein. Okay. Vielleicht haben wir ja Pückenkriegen sogar schon tot, bevor ihr überhaupt das Spiel kommt. Wobei drei werden. Und kommt dann, was sich hinstellt, ne? Gut, das ist quasi fast unmöglich. Wen haben wir denn? Okay. Ich greife eine Reihe nach an. Ach so. Ah, okay. Dann spielen wir das andere hier. So. Die Reihe nach. Drei, sieben. Das heißt, wenn ich den clevererweise hinspiele, stirbt der nur durch die Bombe. Was zu reformieren, habe ich nicht. Ja, kommst du halt hier hoch, als Tank. Wenn gut ist. So, da wird er die Bombe abgefangen. Kommt doch schön. Ja, dem tut das wenig weh. So, verbleibende Wellen, eine. Ja, komm, schütz mich mal. Komm, wenigstens durch. Gut. Auch wenn es nicht viel ist, aber ein bisschen ist es halt. Hallo, Detalus. Ich frage mich, ob das wird nach dem Kampf ausgelöst, aber ich glaube, der Kampf endet nicht durch dieses Unerbittliche. Ansonsten wäre es natürlich ziemlich krass. So, reformieren wir ein paar Einheiten. Keine Fehler. So. Müssen wir mal kurz gucken. Zwei ausbrennen, drei ausbrennen. Müssen wir nur durch die Reihenfolge spielen. So, und Detalus hat keine Chance, also. Kein Thema hier. So, verdoppelt die Anzahl an Wut habe ich nicht. Oh, der Transzendent World. Egal, was der Rest ist, den brauchen wir. Weil ja alle Effekte von allen bisher gespielten Kobolden auflösen mit den ganzen Schadenskobolden und so. Wir können nicht anders als rocken dann. Der ist auch gleich, der bringt ein bisschen Gold rein. Und wir brauchen Platz. In diesen Decks brauchen wir so gut wie immer Platz. So, links gibt es ein Artefakt. Ja, Artefakte sind immer nett. Komm mit fünf Rüstungen ins Spiel. Danke. So. Ach, jetzt kriegt er 15 Angriff dazu. Oder sie, ist ja eine Sie. Entschuldigung. Sie bekommt dann 15 Angriff dazu. Indische Einheiten kommen mit 15 Rüstungen ins Spiel. Ah, hm, ja, nein. 15 Rüstungen ist schon ganz schön viel. Wahr, die haben auch viel Leben. Nee, ist zu viel. So. Machst du Eile? Ist natürlich nicht schön, dass du Eile machst. Ja, ich packe den schon mal hoch. Schau, wir kriegen nicht mal den ersten Tod. So krass ist irgendwie drauf. Ja, mancher hat das Spiel halt ganz schöne Sprünge, sage ich mal. So, eigentlich bist du ganz nett hier. Machen wir mit deinem Sprechplatz weg. Zwei Plätze noch. Okay. Wir machen hier oben mal eine schöne Deathbrücke. Den einen Schadenspunkt, nee, den nehme ich jetzt in Kauf. Also, dass dann irgendwo noch mal die Grenze erreicht. Zack. So, und hier rennt hoch. Oh, ah ja, klar. Das sind ja der kleine Kurve. Stimmt, stimmt, stimmt. Immer schön ist er. Ja, ich hebe mir schön fürs Ende auf der Brücke. Ich kann ihn jedes Mal hiermit rufen. Ich sage es nur die, ähm, hat eigentlich keinen Effekt. Sinnvoll ist es den dann noch zu rufen, höchstens. Damit er mal ausgelöst hat. Das können wir reformieren. Ja, bringt nichts. Denken wir einfach nicht. Ja, der oben macht so schön die Abwehr dazu. Unsere letzte Bastion, falls es schief geht hier unten. Das einzige Nachteil, ihr müsst eigentlich mal versterben. Naja, hier packen wir einen hin und noch einen. Ja, ich reformiere ihn, weil ich es kann und spiele ihn aus, weil ich es kann. Und dann stirbt er selbst, aber den nächsten reformieren sie dann halt stärker. So, genau, Leute, machen wir ein bisschen Platz hier unten. So, das Problem ist, ihr seht, wir kommen hier nicht durch. Wir haben auch nur Kreaturen, das ist der große Nachteil in dem Deck. Die gehen erst mal Rüstung. Das Höllenclut ist voll, das zu spielen bringt mir also auch nichts. Ich kann es auch reformieren, mache ich jetzt auch. Aber so wirklicher Sinn ist da nicht drin. Gut, können wir nichts machen, den Schaden müssen wir draufnehmen. Halt 75 HP ist schon ganz schön viel. Vielleicht ziehen wir den Heizauer gleich wieder, ziehen. Platz haben wir eh nichts was anderes. Vielleicht ziehen wir auch nicht. So, die ergeben einen Rüstung. Gibt es das zu reformieren? Ich reformiere alles. Bin wie Martin Luther King. Im Endeffekt, den wir auslösen, wird irgendwann von 3 Cent Kobold kopiert. Aber so weit kommt es gar nicht wie sehr. Ja, mit 85 Eingriff, wenn man es schafft, hoch genug den zu kriegen. Ich hoffe ja auf eine ganz bestimmte Karte. Wenn wir die ziehen, werdet ihr sehen, warum Rüstung mit mir dann wichtiger wird als Leben. Aber ich kann es nicht garantieren. Aufsteigen und zwei Schwindel ist auch gut. Das bringt mir nichts. Kurve Duffark, das ist schon wieder sinnvoll, weil wir genug haben. Das ist auch nicht schlecht, weil der immer stärker wird, wenn wir genug Mana haben. Ist der gut. Und wir haben sowieso wenig Zauber an Deck, aber bräuchten eigentlich ein paar. Ja. Hier sind zwei Sachen, die ich eigentlich nicht brauche. Obwohl, die brauche ich eigentlich nicht mehr, meine guten. Wo sind sie denn? Äh, ungelöffelten Zugflugleiter. Kommt, haut mal ab. Habe ich mehr Platz im Deck. Ein bisschen Glutasche und guter Salz. Multischlag. Wäre bei dir ja nicht schlecht, ne? Wäre natürlich immer Gold. Ich weiß, dass wir mit plus 1 ausbrennen, das bringt mir hier wieder nichts. Aber wir können dich hier zu einem Standalone oder auch mal machen. Vielleicht können wir dich irgendwann spielen. Zu Beginn auf jeder Ebene ist okay. So. Schön, dass der ist flink. Nachteil ist. Das ist wirklich ein großer Nachteil, sehe ich gerade. Wir haben eine echt blöde Starthand. Klar, im Moment, die machen 6 Schaden. Wenn ich ihnen spiele, kriege ich 8 Schaden. Es sei denn, ich spiele echt mal anders. Ja, wir müssen ein bisschen Risikoreich spielen. Ja, durchlassen wir so. Ja, wie gesagt, wir haben jetzt eine ganz schlechte Stadt. Julika, das war eigentlich auch nicht clever, aber gut, ich muss ihn ja irgendwo hinstellen. Ich gehe jetzt 2 Schaden mehr auf meine Clout, als gewollt. eine Karte, die der Clout Asche erst klar geben. Das wäre krass. Okay. Dich kann ich spielen und immer wieder reformieren. Das heißt, du tänkst jetzt erst mal ein bisschen. Du schützt. Und hoch. Machst Kohle. Gut, haben wir das schon erst mal? So, ich denke mal, da oben läuft alles. Ich gucke es noch nicht mehr hoch, aber ich gehe nachher schon aus. Ja. So, wie spielen wir jetzt clever? Der käme ja am besten dahin, aber ich würde, musste meinen hier unten mal ein bisschen schwitzen. Zack. Zack. Das ist die Frage, aber Frage, bleibst du stehen? Da kommt ein bisschen Rüstungsspiel mit, weil ich hier Stapel und Rüstungverbinder einhänge. Also kriegt 9 Rüstungen, kriegt 11 Schaden. Wer vielleicht dazu stehen kann, kann ich mir leisten. Ja, die Runde ist ganz schön anstrengend. Vor allem glaube ich nicht, dass ich schaffe, die hier irgendwie... Oh, läuft eigentlich relativ gut. Da ist das geile Ding. Das muss man halt ziemlich oft spielen, möglichst. Okay, hau mal erst von dich raus. Wenn der hochkommt, ist mir jetzt ziemlich schnuppe. Dann bringen wir den an. cool, da haben wir auch noch mit Gold abgestaubt. So, bleiben nur die Fetten wieder. So, der stirbt schon durch den Erstschlag. Ich kann was reformieren. Außer immer so. Moment, ich gehe gleich. naja. Macht schon ordentlich Schaden rein. Ja, ihr seht, alle Attacker, das wäre klug gewesen, ich habe jetzt noch den Fall gespielt. durchs Ausbrennen, genau. Du machst vielleicht einen Schaden, ne? Gut. Naja, gut nicht, aber akzeptiert. So, drückt die Daumen auf den richtigen Key. Perfekt. Nicht in den ich wollte. Da muss ich mal gehen. Das wäre schon die zufällige Gegner schon nicht Boss-Einheit. Naja. Ja, Gott sei Dank noch ein paar andere Lanes. Ja, hier hätte ich jetzt mehr Wisschen gebraucht, aber gut. Der Flächenschaden macht Zeit. Die ist im Sonderflächenschaden und Trampel vor allem allergisch. So, ich würde sagen, ich reformiere mal, vielleicht habe ich ja Glück. Nö, nicht den, den ich wollte. Aber egal, macht Schaden. und weil wir keinen anderen Platz haben, halten wir uns noch ein bisschen. Jetzt ist ja quasi sowieso von ungefähr eine schwache Lane. So, das Problem ist, die halt nicht viel aussehen, könnten deswegen schon ein deswegen draufgehen. Ich füge acht Schaden zu. Das Schlimme ist, ich kann nicht einen von meinen eigenen kennen, weil es nicht genug Schaden macht. Oder? Doch, den könnte ich kennen. Den würde ich gerade am Leben halten, aber der stirbt sowieso, ne? Pass mal auf, wir spielen mal auf Risiko. Ach, der hat erst schläft, der hat flink, aber das möchte ich eigentlich auch nicht riskieren. Okay, pass mal auf, wir versuchen das. Wir killen ihn. Mit ihm können wir erstmal Schaden machen ein bisschen. Opfern ihm nur eine Karte umzuziehen und zu kriegen. Ja, was hätten wir denn zum Reformieren? Haha, eine Zufällige. Komm, ich weiß nicht, ob es wichtig ist. Naja. Ich habe keine noch einer. Auch, naja. Ach, der braucht auch zwei Plätze. Ja, gut. Na gut. Müssen wir halt diesen Schaden kaufen. 30 Angriff, das heißt 60 Schaden. Ah, dort haben wir schon mal die Stufe durch, wo wirklich die anfällige Kombination war. Zwei zufällige Ims, Füge vom Schaden zu und Wendfinanzanzrüstungen. Ja, das kommt geil. Mit den Buffs ist es gut. Zerstörung in Zufälligung. Ja, ist schwer. Zwei zufällige Einheiten. Eigentlich bräuchte müsste ich speziell einen auswählen können. Die Karte bräuchte ich. Ich reformiere eine Einheit. Ich gehe trotzdem links, weil hier ein Artefakt liegt. Naja, wenn du ein Zau spielst, durch die gemische Einheit Auffall, wenn du schwindelst, habe ich nur eine. Da mag ich die Kraft schon ein bisschen besser. Aber die gehen da gar nicht. Karte mit Verbrauch. Okay, wenn du nicht Schärmierkarte ziehst, werden die Kosten. Na, ist auch nicht gut. Das ist ein Das vielleicht noch. Ja. So, Fail kennen wir ja auch schon. Auch nichts Besonderes. 11 und 12. Wir kommen mit 9 Rüstung ins Spiel. Das heißt, ich kann es riskieren. Wo kann es sein? Müsst du noch stehen. So, und du kommst hier hin. Kannst du sie in sucht? Daraus sind doch diese in ein Zauber Spiel. jetzt. Okay. na feld rückst du auch eins höher damit es sich lohnt passt auch wir spielen auf risiko moment wenn ich ein zauberspiel, wenn ich ein zauberspiel oder sowas sehr gut wir sind von dir Ruhe so dann machen wir das und ich hab nie aufgepasst müssen wir das jetzt so schaffen naja das wird jetzt ein Problem ohne unsere Chefin wird sie mich fast um nicht bespielen so die brauchen Death hier, keine Frage ach der war doch Flächenschaden so ein ganz unsympathischer Typ das ist das das ist das das ist das das ist das dann rein das war für mich Haben wir noch jemanden tollen zu reformieren? Ja, und zur Gute. Hat leider natürlich dadurch aber nur eine Runde zu leben. Wegen Ausbrennen. So, den können wir eh opfern. Der verbrennt hier nicht. Du brauchst Rüstung. So, gucken wir mal, ob wir das sowieso reformieren können. So, ein Ausbrennen. Das heißt, du kommst ganz nach vorne. Drei Ausbrennen. Du kommst hier irgendwo hin. Wo, das 16 Angriff. Ja, und du müsstest jetzt ja einiger Schaden haben. Cool. Ja, wie gesagt, jetzt wird's langsam kritisch. Ja, wär geil, ne? Füge 8 Schaden zu, wenn du 24 Rüstungen hast. 8 Schaden, 24 Rüstungen. Geil, das überlebt keiner von meinen. Reformieren wir mal ein bisschen. Ich könnte jetzt natürlich noch eine reformieren. Aber Pring tut's mir auch nichts. Na. Dankeschön. Ja, dachte ich so, ich wüsste nur mit hier ein bisschen schon mal geschützt wird. Dass das gleich kommt. Ja, mit dem kleinen bisschen Schaden, das wir hier machen, wir können nichts. So. Perfekt, kein Kobold zu haben. 18. 36. Ich rechne gerade klein. Mein 18. 36. 54. Wenn ich 9 Rüstungen dazu mache, sind wir da bei... Wir sind bei 46. Bei 55, ne? Wäre gut. So, gucken wir, was wir so reformieren können. Mhm. Ach, stimmt. Du wärst ein gutes Opfer. Hä, lol, du Opfer. Okay, nein. So. Ein ausbrennen, zwei ausbrennen. Bist du quasi eh tot? So. So. Ja, wir können uns nur hoffen, dass hier fehl genug Schaden abkommt. So, und zwar Verteidiger ist hin. Das heißt, unsere Ankreuzer werden nicht mehr langstehen. Ja, okay, könnten wir aber noch hinkriegen. Wir bräuchten ja nur den Transzendent Kobold-Eimer ziehen zum Beispiel. Der stirbt eh in den Einzug. Also, was... What matters? Den können wir uns jetzt leisten. Was auch geil ist. Ich glaube, das machen wir. Ich gucke nur mal kurz, was wir ziehen. Cool. So, der steht eh in Wielandern. Eine Runde. Kann also Brunnen hin? Okay, das packen wir. Puh. Das war gefährlich. Knapp. Nimm einen Zugweg, besiegte Verbünde, Einheitsrücken, die Wende und Wende plus 40 Anwand. Geil. Verbrauch Kotten von der Hand. Nimm ein Herz auch seiner auf die Hand und Wende. Verbrauch. Nee. Ja, der ist auch geil. Der passt eigentlich ziemlich gut hier rein. Ja. Nehme. Und Platz. Puh. Okay, ist ein ganz schön schwerer Laufgerade. Na, okay. Rechts gibt es Arlefakte zum Abstauben. Nee, aber erst mal gucken wir, was wir machen können. Ja. Ich versuche, weiter in die Richtung zu gehen. Verbünde Einheimen plus zwei beim Siegen. Oh, doch. Das ist nicht schlecht. Flink. Bringt das bei jemand von euch was? Bei dir ist das eigentlich nicht schlecht. Bei dir ist es noch besser. Ja, machen wir nicht noch ein Stück besser. Und sieben Wut. Eigentlich ist das bei denen nicht schlecht. Weil ja im ersten Zug auf jeden Fall. Was hinkriegt. Gut. Gehe ich eigentlich ein Komme mit zwei Zauberschild ins Spiel. Sehr gerne. Ich habe ja nicht wirklich Zauber. Gut, stimmt. Ich habe diesen komischen Dolch. Aber wegen einer Cutter. Wird auch so ist, wenn die Einheit stirbt, fügt der vortesten Einheit vom Schaden zu. Oh, wir haben eine gute Hand, um das zu vermeiden. Passt auch, ich zeige euch noch eine geile Kombi. Ich spiele den. Dann wird folgendes passieren. Vielleicht spiele ich den aus. Der killt den. Der killt den. Der killt den. Und der stirbt dabei. Oh, er überlebt sogar. Okay, gut. Auch nicht schlecht. Im Gegenteil ist sogar noch besser. So, du kommst da hin. Ähm. Ähm. Müssen wir doch drei Ebelen gleichzeitig spielen. Okay, ich brauche es nur nicht zu schützen. Boah, ich bräuchte eigentlich alles hier. Und was haben wir vom Friedhof? Das Reformieren bringt mir am meisten erstmal. Toll. Ich will auf jeder Ebene spielen. Okay. Du kommst hier hin. Und du schützt den das. Wir müssen ja gucken, wie wir hier am besten rauskommen aus der Nummer. Ach, ja, okay. Was können wir reformieren? Wir können sehr schöne Dinge reformieren. Drei. Lohnt sich noch nicht. 50 Schaden. Er würde sogar überleben. Okay, wir reformieren noch eine Runde. Der passt hier gut hin. Echt, hab ich ihn so verzählt? Okay, ich hab mich noch verzählt. Dich müssen wir definitiv die Sonne den schützen. Gut, das macht so halt hier. Ja, jetzt seht ihr das Gale, dass die nur stärker werden, wenn sie das killen. Jetzt seht ihr bei denen mit Müllischladen, das ist immer krass. Und den hier brauchte ich unten einfach nur als Kugel fangen. Ja, das sind ganz schön viele Kugeln, die gefangen werden müssen. So, der stirbt sowieso, weil er verbrennt. Von daher, es kann der mir ziemlich egal sein. Du brauchst Schutz. Kann der denn bieten? Kann der. So, brauchen wir noch irgendeinen Opfer? Tatsächlich würde ich hier noch so ein Opfer aus, das war jetzt mal hinstellen. Gut. Keine Ahnung, was er gesagt hat, aber ich bin voll seiner Meinung. Okay. Er hat noch 120, ist ganz schön. So, das ist nur ein kleiner, aber oben ist noch ein dicker. Der definitiv hier, ohne zu diskutieren. So, und jetzt muss man mal schauen, was ziehen wir, wenn wir reformieren? Den, das ist eigentlich ganz nett. Du kannst Wuschbüsche schützen. Gut, du stirbst. Achso, der hat eine Ernte, na gut. Egal. Du kannst sowieso rumhängen, weil du gleich sterben musst. Ja, und hier. Lass mich noch kurz rächen. 40 hat meine... Jetzt können wir warten, bis wir zusammen haben alles. Du bist geschützt? Gut. Hier. Schützt du den halt. Wow. Ah ja, es ist sehr, sehr spannend. Auch zwei Wellen. Das heißt, ich muss mich unternommen und das Thema Verteidigung kümmern. So, ich soll schon eine Eignung von meinen Kobolden umbringen. Wahrscheinlich aber am besten denken. Wird das Ding stärker? Zwei ausblenden, ja. So. Okay. Gucken wir, was der nächste zu uns bringt. Wie war das? Wenn du Schaden kriegst, was du stärker oder sowas, ne? Ja. Da du eh stirbst. Du brauchst viel Verrüstung. Schade, das Stahl zunächst, was das zählt. Ich habe ja nicht Grad 4, ne? Ich soll das nutzen. Den Platz haben wir hier oben. Okay. Okay. Okay, sieht aber gut aus. Wird der Klappen. Mit 268 Angriff, ne? Hätte ich jetzt natürlich ein bisschen gehofft, dass wir nochmal unsere Heidler ziehen. Aber gut. Zufällig Inbeinheiten. Haben wir eigentlich genügend, aber. Wende 4 Gute und 9 Rüstungen an. Hm. 9 Rüstungen ist immer so wenig. Ja, gut. Wende 2 Tonnen an. Reformiere 2 zufällige Einheiten. Ja, haben wir ein bisschen Glück für 0. Kann man das ab und an mal machen. Hey, ist noch die letzte Runde. Okay, jetzt müssen wir überlegen. Nach rechts kann ich mich heilen. Ja. Ja. Gehen wir nach rechts. Bisschen Gold, bisschen Heilung. Erstmal gucken, dass wir so eine Artefakten kriegen. Bewahre die Energie. Bewahre die Energie. Sehr schön. Erlöschen Fähigkeiten. Habe ich nur eine einzige? Lohnt nicht. Wenn eine Tropfeinheit stirbt, habe ich auch nur eine. Bringt nicht viel. Verbessere eine Einheit mit Flink. Bringt es was? Ja, den jetzt zu laufen, bringt leider auch nichts mehr. Ja gut, Flink macht ja noch Sinn. Aber dann hört es auch schon auf. Den Stahlwerker könnten wir noch buffen. Ja, kommt, machen wir mit schönem Defaut raus. Dann bringt es aber auch nicht mehr viel, irgendwas zu buffen hier. Das ist also deutsch sinnvoller, wenn wir nochmal hier neu mischen. Tropfeinheiten. Was wollt ihr damit? Ein Einheiten, ein zusätzlicher Verbesserungsplatz. Hm. Okay. Das ist auch das Traurige. Gehen nochmal hier rein. Jetzt haben wir nochmal Platz. Mischen. Mit einem Ausbrennen. Bringt nicht. Verbessereinheiten mit einem ist größer. 15 Angriff. Wir machen dich richtig dick. Und wo bist du? Da, Stahlwerker. Du bist richtig tanky. Ja, das andere bringt nichts, deswegen ausbrennen. Guck mal, wollen wir noch hier irgendwas einigermaßen sinnvoll? Ja, man kriegt die eine Tropfeinheit halt. Was dazu? Cool, sind wir auch genau auf Null. So. Jetzt ist eine Naht. Und was machst du? Verbinder 1,3 Zern im Spiel. Ja. Schöner wäre es gewesen, wenn wir natürlich jetzt was mit den Zaubern gehabt. Hm. Dann pass mal auf, du kannst dich hier oben bringen. Den muss ja. 30 Angriff. Auch wenn wir jetzt von Schaden jetzt einstecken müssen. Wir müssen uns ja nach und nach aufbauen, bis du gibst ihn da oben weiter zu tun, ich sehe. Das ist nur noch viel für dich. Und hier bietet sich der Link an. Boah. mir fehlt ein mana, für einen lohnt es sich nicht ich würde sagen wir schaden nehmen hier oben erstmal wirklich ein vf oder aber ich warte noch mit dem transzendent wo sollt geht immer noch auf minus 30 nee ist mir zu heftig aber was soll es, ich bin jetzt halt für einen, kommt was soll die gehen so ein bisschen schaden nehmen wir den oben so, zum reformieren haben wir doch geile Sachen echt 50 50 Chance und verkackt wenn er eigentlich nicht spielt, aber ok, einfach stand so wow, ich denke ich habe auch noch zu sagen, ich habe auch noch zu sagen, ich habe auch noch So, jetzt muss ich Klärer sein. Du stehst doch hier an. Kommst du hier hin? Oh, hat der CERN 4? Achso, das ist jetzt die. Falscher Zeitpunkt. Gut. 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 Naturvolk versuchen zu teffen. Denn man muss halt immer wieder was Neues rein spielen, damit sich stark wird. Das heißt, man kann nicht nur auf Abwehr gehen. Am Ende brauchen wir sie. Aber vorher ist es halt nicht so wichtig. Aber cool. Okay, nächstes Mal schauen wir uns dann die neuen Erweckten an. Und bis dahin sage ich, macht's nicht gut, macht's besser, habt viel Spaß und mögen euch die Gaming Götter Holz sein. Tschüss!